Mama! Jetzt! Hallo! Soll es wieder denn? Ich gebe es essen! Ha! Fettsau! Wer pfriede! Wir kriegen alle seinen Arsch geschoben und ich nicht! Ehhhhhhhhh! Sei froh was du überhaupt deine beschissene, mir wichste Schlüpfer erwischt! Zerrissene Bombe! Was kriegt der Friedel denn in den Anus geschoben? Hä? Hä? Ewis! Was? Was kriegt der denn alles reingeschoben? Alles! Was heißt alles? Auch eine stinkende Käse-Stange? Mh, nee! Da vorne rein! Hä? Da vorne rein! Ehhhhhh! Ehhhhhh! Deswegen hast du immer so Bisswunden da oder was? Ja! Ehhhhhh! Ehhhhhh! Latt rein! Latt rein, Mann! Länge der braucht, Mann! Länge der braucht, Mann! Länge der braucht wieder! Bla, nix, ey! Was ist denn an, Mann! Schuss Mungo, Mann! Mungoloido, der! Du scheiß, x Mungoloidos, Mann! Hahahaha! Du bist'n eigener ab, Mann! Du wanket? Nein! Piss die da, Mann! Biss fett, Mann! Machst du da, ich schieß die sofort ab, Mann! Scheiß, egal! Scheiß, double! Kein fett Sau, ey! Yes! Boah, ist doch schon wieder nice! Ein bisschen Sneap, oder? No, jetzt wirst du echt abgeschossen! Mann! Was ist hier? Kiko ist auch hier drinne! Wer ist da drinne? Er sagt aber nix, weil er ein billiges Headset hat! Ja! Kiko, du alte Lichero, alte Fletcher, du, alte Fletcher! Boah! Hahahaha! Hörst du wehlig! Alte Fletcher, du! Nooo! Wer ist das? Locker! Na! Kann man denn hier mal reden? V? Toboggan! Nooo! Kann man denn hier mal reden? Uh! Kuh? Hm? Mua! Hahahaha! Hörst du da? Locate the Biohazard Container! Toboggan! Tor! 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 Well done! Firehazard! Yes! What do you want? Yeeah! Ja Ich denke, es ist Obo. Ha! Komm her! 5 Sekunden! Tür auf, klopfen und rein. Aaaaaahhh. Wo wurde er entdeckt? Was ist denn hier in der Kamera? Hm? Was ist denn hier in der Kamera oben? Wir wurden hier im Loch entdeckt. Reloading. Aaaaaah! Puppin-Magazin! Willst du ins Loch rührt? Warte, wo war er denn? Aaaaaaaah! Ob ich denn noch mal meine, meine Granaten hatte? Geh doch, da drüber. Aaaaaah, was ne Kacke man. I need to reload! Where is it? Four last operators standing. What? 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 I'm going to get a hit. I'm going to get a hit. Bring me up my head. He's flying. Where is the nigger, man? Was ist denn da? Ah, deine Fress, ey. Was ist denn da? Was ist denn da? Ist das Peter Griffin? Boah, Peter Griffin! Boah, aus dem Puzzle! Was ist denn da? Das war für mich, der P-Mille. Skolme! Skolme! Oh, das ist mega! Oh, das ist mega! Oh, das ist mega! Ich bin da! Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay. P-Mille, ich bin da. Ich bin da. Und da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Dann habe ich zu. Und da habe ich auch einen Versuch. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Boah, ha, der Himmel geht es. Übergang wieder, weißt du? Was sind die Leute denn? Ja, auf der anderen Seite Wir sind nur noch zu zweit jetzt Ja, versteck die mal lieber Ich hab alles im Griff Einer ist glaube ich vor dir Wir haben diese Laienpisse Naja, geh weg aus meinem Sichtfeld Nein, nein Wir müssen eigentlich von Also vor dir kommen, wo du die ganze Zeit hin Wir müssen eigentlich kommen, weil da haben die sich die ganze Zeit Geld nicht stehen Erst rein Stop the hostels from securing the biohazard container Einer ist oben auf dem Dach 1 auf 4 remaining Very nice angle 1 friendly operator remaining Jetzt kannst du wenig leben bloß Nice 4 only 9 4 only 9 Aber das ist 9 oder? Ja ne Matchball Nehmen wir dann jetzt hier mal Nehmen wir mal ein bisschen Sneapengas Fuse Meister Ist ja dumm ey Scheiß Lappen ab Wie der schießt zu Fuse Und stirbt wieder sofort Ich soll jetzt aber nicht mal Lappen man Alle nehmen Fuse und können nicht mehr Fusen ey Und die ersten die Toten Keine Ahnung Du hast ihn noch nicht mal freigestellt Lass ihn an man Wenn ich ihn frei hab Ich will sie alle weg man Scheiße Humor Das war was in die Friedel nach Jeno Hier kriegt's ne ordentliche Kaustange So wie bei dir die billigen Einwegdinger Hehehehe Wir haben eben richtig ausgestattet Dass sie's gesehen Aber da hast du ja nichts zu was Dann auch lebt Ja der Weg gibt's die noch nicht Yes Die sind oben ganz oben So oben Nicht hier Gucken gleich erstmal ein paar Füße da oben rein Jo Dann sind wir noch weggepumpt Boah jetzt Boah Dich Boah Du haste mal gescheint hier Nass er röntgen Du dumm Ich kann nix Ehhh Jetzt können wir die wechseln Die wiederh Was brauch jetzt Oh jetzt kommen alle wegfuß Ja eine steht aber der baskаниз Ja Dann haben wir einen rosen entdeckt Keiner weiß bescheid Pass auf, da ist Fenster auf oben. Da hab ich aufgeballert. Aber wo ist der denn oben auf dem Balkon gewesen oder wo ist der draußen gelaufen worden? Ja, auf diesem... Da wurde hochklettern ganz... Hier fährt zuerst mal ein paar Fuse-Ladungen oben rein, ne? Ja, mein Lieb. Ich hab aufgewimst. Kann man sich denn hinlegen? Y-Y-Y-Y? Hier. Sind die alle oben oder wann? Der kommt wieder wie ich seh Ein Schuss genau Der ist genau erschienen Die 2 sind im Raum, nach der Sinne Hä? Alter, wa? Jo Immer dasselbe Ich spinne irgendwann ab Andere, die machen dann immer das Fenster auf Ist klar Und ich wusste natürlich wieder, was da kein Holz mit führst, Alter Kann's aber nix Fetz Alter, was macht er denn? Du scheiss Hinter ihm ist der Ich wollte ihn gerade markieren. Liebes geben wir jetzt ein bisschen Gas, Alter. So nix. Hä? So nix hier. Der Schieter da drinnen hat. Jo! Jo! Guts nix, man. Bist schlecht. Wir werden schon wieder hier alle geklaut, weißt du? Guck mal wieder AD nehmen, er gibt richtig Gas. Gies, gies, gies. No! Ist ja dumm. So gingen. So gingen. So gingen. Secure the room. Secure the room. Secure the room, ja. Wir müssen jetzt ein bisschen Winnie-Gas her. Das war's nicht so gut. Das war's nicht so gut. Das war's nicht so gut. Warte, guck mal hier was ich an Ja Guck mal Komm mal hier Bombe Mach hier an das Fenster Da Die kommen rein die Schweine Rau Pack das Ding in den Rahmen Komm rauf da Du bist so kacke Einer haut dagegen und sind wieder drinnen Wollen wir nix machen Du bist verrammelt Oh da kommt einer Ja Und so Und so Ja Reloading Blocked door Frag mich warum ich mich hier nicht hinlegen kann Mit Y Mit Y geht mit STRG STRG FZB Weiss nicht Stürmen. Oh, da kommen welche rechts. Boah, ich hätte fast den eigenen Mann abgeschossen. Ja. Boah. 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 Reckoning. Haqo. So,РЕk pin. Ich hab ihn abgelenkt. Wow, der Nigger wieder, weißt du. Das letzte. Ich war nur einmal tot, ihr Lappmann. Könnt nix. Oh, Alpha Packers. Was er behindert. So ein Schwul, ne? Sagt einfach, was du schwul bist machen. So ein schönes Humus, oder?